Boxingman 1? Boxingman 1? Ja. Wie viele Jahre bist du? Ähm... Privat. Also ich weiß schon, neun Jahre. Nein, das ist falsch. Das ist komplett falsch. Aha, acht. Auch nichts. Jetzt noch vier. 2 HP. 2 HP. Ich weiß. Zilka, warum hast du 3 HP? Und bei mir ist ein Gegner und ich hab einen Revolver. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab so lag. Ich hab krass krass. Oh mein Gott. Warte nochmal, Herausforderungen angucken. Geh mal mal ganz kurz Waffen. Ich gehe ganz kurz mehr auf. Noch Herausforderungen angucken. Setzt die Meldungstimmung. Die Gegner kommen. Du hast keine Zeit anzugucken. Die Gegner. Direkt bei mir. Komm schon gern. Ich komme. Abwinden. Ich hab eine Taktik. Und ich hab einen Laufhahn. Ich hab einen Laufhahn. Dann muss ich abwinden. Ich hab einen Skarspieler. Das ist los. Warte mal. Warte mal. Warte irgendwas. Warte ganz kurz. Komm zu Mattilka. 3 HP. Lass uns mal unterstützen. Und ich hab mich nicht gefunden fühlen. Warte gerade muss ich erst irgendwas nach. Mal ob hier irgendwas falsch ist. Auf Ehre. Hier. Auf Ehre. Auf Ehre. Hier. Auf Ehre. Hier. Ich hab einen Server gefunden. Lass mich? Lass mich? Auf Ehre. Ja. Gönne. 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 Da ist die Schusssäger. Keine Wunde dafür. Ich hab mich vorher zu viel Fall bisschen. Ich find. Ich hab welche gefunden. Direkt keine. Boxingmanheits hat Gegner. Ich komme. Die sind bisschen weiter. Der ist ja immer Action unterwegs. Du weißt. Die sind schon ein bisschen weiter. Ja. Ey Boxingmanheits. Schill doch. Ich komm so schnell gar nicht mit. Ich komm Boxingman. Der hat. Der ist. Der ist da direkt. Der hat sich eingebaut. Ich komme. Da gibt. Es gibt es noch ein anderes Duo. Ja. Die haben das vernichtet. Die haben das Team vernichtet. Nein. Da ist doch noch einer. Oh scheiße. Hast du es falsch gesagt. Ist direkt. Ich hab grad kein E mehr. Er hat nur Ska. Er hat nur Ska. Ja. 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 Der ist Richtung SV. Also nach links. In dieser Base. Ja. Ja. Ja in dieser Base. Gönn dir den Chuck Chuck! Oh. Okay. Ich verteidige dich. Entschuldigen Sean. Mattilka und ich verteidigen dich. Du holst den Chuck Chuck. Okay. Er ist abgehauen. Alles gut. Wir können chillen. Wir können chillen. Wir können chillen. ja komm von oben der ist nicht von oben der ist weg der ist schon weitergegangen ja der ist Richtung Main Gebäude gegangen der ist Richtung Main Gebäude ich hab wer hat Pampoon ich hab 10 Schuss warte ich gib dir ich kann dir 10 Schuss ich hab einen Schuss und ich hab auch keine Metz falls ihr Metz habt oder ich hab auch keine Metz ich hab null ich hab null Jungen Null du kannst doch nicht genau so wie ich Null haben ich brauch grad keine Heavy-Sniper ich guck grad ein bisschen nach dem Spiel ich hab null oder ich hab keine du hast wirklich Null auch so wie ich Null hier sind wir nicht so Bandagen hat keiner gesehen ich gucke gerade ja ich hab ja denkst so dass er selbst ist Problem ist ich kann nicht aber bei mir ist der Gegner aber bei mir ist der Gegner ich hab's mal gefordert ich wollte mal looten ein bisschen Leben besorgen ich hab ihm aus Versehen gefordert oder ich bin gar nicht eingespielt ich kann nicht mal gerade aus aimlen warte ey warte ey ich hab AR-Mone Leute wie lange machst du noch Abo zocken mal schauen so warte AR-Mone und 33 für die AK wie gesagt ich leg mich nicht auf ne gewisse Zeit ich hab Taschenriss kann ich dann noch eine Runde mitspielen äh du weißt doch wir machen wieder von 1 bis 10 wo und geht dein geht dein Bruder auch raus nein der bleibt drin wieso ja weil er mein Bruder ist ich weiß auch mal hey das ist doch der nein er ist mein Bruder und ist das nicht so also wenn wir verwandt werden dann würde ich dich auch äh lassen also ich will ja nicht sagen ich hab nen Lama gefunden geil geil ich hab's endlich geschafft an die Bandage mal zu kommen weil ich mit Matt geholt werde mein Gott also ich muss mir den Lama ich hab nen Taschenriss ja ich auch kommt mal zu mir ich chill hier grad ein bisschen beim Abfahren hör mal ich hab nicht mal SMG-Money ich fahr mal SMG-Money ich fahr mal ich fahr mal die erste Zone und wie wenig noch neben erste Zone ey Boxing Lama wo gehst du überhaupt hin, Digga? er geht Richtung Flugzeug warum wo gehst du hin, Digga? wo gehst du hin, Digga? ich schaue hier ist halt komplett woanders, ne? weil ich hab äh rift für dich da könnten wir benutzen aber das ist halt leider weg ich hab auch einen Rift naja er hat benutzt er könnts benutzen und dann könnt ihr zu mir fliegen logischerweise und dann noch einen Rift benutzen dann haben wir gar keins mehr ja das ist halt echt scheiße was ist was ist was ist was ist ja muss halt jetzt so übernimmt dann kommt's mit dem Flugzeug ich hol mir was ne, da gibt es leider kein Flugzeug mehr ne, da gibt es leider kein Flugzeug mehr hier wartet das markiert ich kann mich daran erinnern obwohl das mir überhaupt nicht wichtig war so ich hab drei Kills, hä? wie so das? wie schon das? Junge, ich hab mir was zum Essen geholt moin ich hab keinen Job, ne? ich benutzt mein, äh... okay, weil mir ist jemand ich bin weg seite alle da? ich komm ich müsste direkt der Gegner oben auf den Berg das wär cool dann könnte ich dir helfen wenn du um gehst, kann ich dir helfen sonst nicht wir sind, wenn die so ein bisschen fast vor uns ein bisschen da, das ist schon einer wo 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 ein bisschen mehr ja ich danke dass ich mir abgestobert ein ich komme aber ich hab halt so viel Schaden bekommen ich hab auch zu viel Schaden bekommen ich hab 29 AP Guck mal Geht doch mal da Junge Ich hab nicht so ehrenlos einfach abgeben Kannst mir auch aufgeben falls da viele sind wenn nicht dann nicht doch keine 4 Fucks Ok lass mal jetzt Rift benutzen und dann gehen wir in Jerusalem Warte Gehen wir in Jerusalem Ne das sind keine 4 Ja benutzt du benutzt du Du komm Boxingman 1 komm Boxingman 1 komm her Wir gehen nicht in Jerusalem Wir müssen looten Wir haben wenig Leben und so Komm bei 3 Ich will die Hängegleiter mitnehmen Bei 3 1 3 Ist dein Ernst? Ich hab die Hängegleiter Alle nach Jerusalem Alle mit Marshmallow Hängegleiter Hier ist ein Flugzeug Da ist ein Flugzeug Mit einer Truhe Flugzeug mit Truhe Okay komm wir lassen Dann können wir mit dem Flugzeug nach hier wohnen Ja und ein bisschen looten kann man hier auch Warte kann ich die Hängegleiter und leider kein Leben ja okay komm mit soll ich fliegen? ich bin schon groß lass mich fliegen lass mich fliegen du sagst immer du schaffst nicht fliegen ich kann nicht zu gut fliegen aber ich kann nicht fliegen Marshmallow Squat du bist der Dänse ja mit was spielt dein Bruder einfach für den Eindruck ähhhhhhhhh dein interessiert man das wollte mich gerade nicht rein und ich tanze mhm ey wir leuchten alle durch mein Dänse das war's cool ey wir müssen als Trio zeigen Wir müssen weiterfliegen, weiterfliegen, weiterfliegen. Jagen uns aber wir fliegen weiter. Ballern uns voll. Scheiße, Boxingman. Ja, jetzt haben sie geschafft, wir haben sie abgehängt. Boah, ich hab 35 Wehen. Jerusalem, wir kommen. Jerusalem. Aber ich kann sie nicht holen. Jerusalem. Jetzt steige ich ab. Jerusalem. Boah, jetzt muss ich mir zuerst mal Minding holen. Ach. Wer sowas wie Bigness oder so findet, der kann Boxingman oder Boxingman 1 geben. Ich hab für dich noch Bandagen. Hier eine. Ich bin schon fertig. Ach so, was hast du denn gefunden? Bandagen. Kann jemand Bandagen geben bitte? Ich hab Bandagen zwar auch, aber... Ich hab Bandagen zwar auch, aber... Hat jemand Bandagen? Ich. Warte, komm mal, wer Bandagen braucht. Ich bin bei dir. Hallo, jetzt müssen wir Paradise gehen. Moin. Ja, moin. Das wird ja auch noch aus. Warte, wo ist hier das Flugzeug? Dann lass mal hier erstmal so'n Schrottplatz. So'n Schrottplatz. Also, ich bin jetzt mal... Sieh, von deinem Bruder. Wir sind beim Schrottplatz. Ich hab ganz viele Autos. Du nutzt mal nicht so viel Hängegleiter. Irgendwann hast du gerne mal. Ich hatte schon vorher so... Vorher schon... Drei... Drei Hängegleiter. Da ist Loot Shop. Da ist Loot Shop. Ich weiß nicht, was du meinst, Rob. Boah, hier ist die Truhe. Kann ich mir gönnen? Darf ich? Stepp! Mein Bruder öffnet und... Das braucht man da. Ah, das Loot Shop. Genau, vor uns. Loot Shop. Und dann noch mal zum Container. Da können wir richtig viel. Wer das erstes da ist und ich bin da. Ich hab's jetzt mal gemacht. Ach, geht euch aber überlegen. Aber irgendwann brauche ich auch Leben, ne? Ich hab 74. Wir müssen mir auch schon was geben. Okay, Bigness ist drin. Ja. Ne, leider nur einen Bigness, okay? Das heißt, ich trinke ihn. Ah, gut. Entschuldige. Wer hat Snipermungen? Ich hab 12 Schuss, aber du musst zu mir kommen. Warte. Äh, mach sie mal. Wie viel hast du 12? Wer hat... Niemand hat mir Snipermungen gegeben. Doch, ich hab dahin gedroppt. Ähm, ich hab keine. Da liegt keine. Du hast sie wieder genommen. Ich hab 89. Ich hab 89. Echt? Nein. Ich hab keine. Bekomm. Null bekommen. Null. Null bekommen. Null kommen gar nichts. Ich hab schon aus einer Munitions-Truhe 12 Stück gefunden. Oh, ich hab Minis gefunden. Richtig geil. Zwei Truhen. Hab ich auch mal ein bisschen Leben, Alter. Ey, ey, ey. Ich will auch Heilung. Ja, natürlich kriegst du auch ein ganzes 200 Leben voll. Die Chips sind so scharf, ne? Nö. Noch ein Big Nis. Da gibt mal eher. Nö. Nö. Reiz. Gibt der Big Nis. Geh nach, komm. Hinter uns. Da ist irgendjemand geschoben. Er hat meine Papp genommen. Er hat meine Papp genommen. Oh. Ich hab doch automatisch Sammeln aktiviert. Du weißt. Ich auch. Der ist direkt bei mir. Nö. Ich nehm mit Kiss. Okay. Ich kann heilen. Ich heil mich. Ich heil mich. Heil dich ganz schnell. Sohn kommt. Ah, kein Glauben. Ah, da kann ich mit die blauen Pappel sehen. Das ist ja Deine wohl, ja. Ich bin zwei Lootabläufer. Ja, letzter. Letzter Spot. Oh, zwei Loot-Shops. Oh, zwei Loot-Shops. Ja, ich hieß noch ein zweiter Loot-Shop. Beste Koppel. Ja, zwei Spiel. Es ist noch zwei, noch zwei Digga, schon wieder epischer Sieg. Ja, bruder. Schon wieder. Bei mir ist noch ein Loot-Shop. Ja, Loot-Maker ist da am Start. Ja, Loot-Maker, ich hab noch einen Loot-Shop. Oh, Checker mit Walk-Launcher. ich nehme mit den minis hier liegt der jagger da liegt ja ich habe auch ein ich weiß gar nicht wie soll ich zweifelge ich kann höchstens die sniper mitnehmen weil die sniper geil ist kommt alle zu mir alle zu mir wird so ja ich das war mein drift ja alle zu mir einfach auf berg dass die beiden lassen genau die beiden mein jagger dabei jetzt ich weiß weiß ich weiß hat an der seite ja das war's mit dem jump pad als ein High-Ground-Dünge mit Trilke, warte warte, komm mal her hier, Juggie, Juggie, Juggie hallo, reagiert jemand Jugg, Jugg ja was damit, kannst deiner mitnehmen man mit Trilke kann das trinken egal ich hab auch noch einen Jump-Bad dabei ja ich hab auch noch einen Jump-Bad also nicht unnötig vorgestellt Stellung halten, Stellung halten einer tot, tot, tot ja, ich hab einen Jump-Bad ja, benutzen Angriff Angriff ja, ich hab einen Jump-Bad ich hab einen Jump-Bad das ist nur noch einer, der lebt 392er Headshots verheiß ihn ich hab den Typen schon gefinisht der andere Typ ist abgehauen, lol der andere ist abgehauen, meine Güte der ist bei mir, der ist bei mir warte, lass mich ihn holen auf Fanny, lass mich ihn holen auf Fanny, bitte ich hab einen Jump-Bad ich hab ganz wenig ich hab ganz wenig Kills bitte lass mich den kill, okay ich hab trappen ich hab auch Traps lassen wir alles Trappen zusammen ey, ich hab keine Traps wer gibt mit Traps ich will auch gerne trappen ich will auch gerne trappen mit Trilke ergeben mir eine einzige A2 A2 er hab nicht getroffen, ne er wollte sich Lootrope gehen er wollte sich Lootrope gehen er ist allein eine Dame das macht ja ja jetzt mach ich jetzt jetzt kommt meine Fallenskills hey auf mich tot zu bauen guck mal guck mal er hört gar nicht auf zu bauen jetzt 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 nicht kämpfen AXEN 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 mach AXEN Mann ich hab von ihm AXEN Bruder aber ich wollte die Trappen nicht joh Kichip ich wollte die Trappen machen Kichip 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 ok lass noch eine Runde Marshmallow Squad bis doch fast Sie Psalmez die die